Ja, du kannst das. Ich weiß nicht. Ja, der bewartet, der hat immer einen Vorteil. Ja, schieß halt, Karle. Du Vollidiot. Wie verstecke ich mich? Gar nicht. Haha, schon wieder einen gekillt. Mit C oder mit Steuerung. Was ist das? Oder mit Großschreibtaste. Nein, es tut mir so leid. Ja, du hast mich eh nicht gekillt. Ich hab dich nicht gekillt. Ich wollte den killen. Nein, wie lege ich ihn hin? Mit, keine Ahnung, entweder mit Steuerung. Also ich leg mich mit Steuerung hin. Ja, genau. Aber es kann auch sein, dass es umgestellt hat. Komm schon, beweg deinen Arsch nochmal her. Ne, jetzt ist er gestorben, oder? Oh man, ich seh keinen. Oh scheiße. Huch, das war knapp. Was haben wir denn grad aktuell? Sehr schön. YYW ist wichtig. Huch, die war sehr wichtig. Nein! Ich seh die, ihr Oot. Treppe in der Mitte beim langen Gang. Ah, da messe ich einfach nur. Nein, ich bin Platz. Mal ein bisschen ab. Ich bin grad beim Fahrrad dran. Hallo! Hallo! Es war 20, ich sterbe. Aber ich hatte grad Stats von 5,0. Das, das konnte ich nicht riskieren. Ist klar. Ja, war so. Schau doch nach. Jetzt ist es 5,1. Sie meinten, sie hat ein Stats-KD von 0,5 gehabt, oder? Nein! 5,0! Ja, die hatte ich aber 0,5. Ist klar, ich hab dir so in den Kopf geballert, ne? Du weißt, du hast mich richtig angeädet. Ich spawn und bin instant down und ist kein Scheiße. Das ist Hardcore-Modus. Du hast eigentlich nur einen, einen Schuss zum Überleben. Ja, aber ich bin nicht nur noch gelaufen. Ich bin direkt neben dem anderen gespawnt. Ach, geil. Ich auch gerade gespawnt, tot. Wir sind... hinten. Wie messer ich? Hm, ich glaub du mit... Boah, okay. Eben müsstest du messen. Das hab ich auch gar nicht umgelegt. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich alles umgelegt hab. Oh fuck. Scheinbar nicht so viel wie ich gedacht hab. Huch! Hast du die Clay gesehen? Mhm, darum hab ich mich nicht eingetraut. Aber ich wusste, dass da jemand war. Weil ich gehört hab, wie er sie platziert hat. Der liegt mittendrin auf dem Spielplatz. Ist er das? Ja. Ja. Ja, sehr schön. Und jetzt, wo kommt der bei der Treppe hinten wieder her? Oh, 3-4. 3-5 haben sie schon. Geist! Vollgas! Sehr schön! Der Eumel. Ah, und noch weiter hinten. 3-1 zu 3-7. Holy shit. Ja, der Vidi, der hat's raus bei den anderen. Ja, ich versuch's extra. Ja. Bist so gut. Nein! Oh Gott, dann haben wir wieder so einen Gay-Tuber bei uns im Team. Mhm. Sechs Kills hinten, by the way. Ich glaub, drüben im Balkon hockt einer beim Gehen, oder ne? Ach Mensch, Widi, lass mir doch meinen tollen Aim ein bisschen. Vergiss es. Ich hab eh schon dreimal geschossen. Ja. Oleg, na ja, 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 ja. Achtung, der kann auch beim nächsten Fenster wieder rausschauen. Gidi. Aua! Ja, ich kenn noch nix dafür. Hilfers, getötet. Aua! Und wieder vor seiner Flinte. Sehr schön. Guck mal. Oh, ganz hinten bei der Treppe hockt der noch. Ah, und nimmt der gegnerischen Seite aufm Scheiß. Mit dem Fenster. Oh, Lecomi. Mhm, der war wichtig. Da ist noch einer. Ja. Ah, immer noch, ja. Also beim... Okay. Wow, wenigstens noch den Triple abkult. Ich hab's grad gesehen, richtig nice. Aber es wird trotzdem eng. Wir sind vier Kills hinten. Ja, es war klar, dass da ne... Pred... äh, ne Clay steht. Ähm... Da komm ich nicht rein. Wir sind schon wieder tausend Punkte hinten. Mein Team ist vollkommen zum Kotzen. Wenn du in dem Scheiß spawnst. Und jetzt flackt da hinten. Der ist klar, wer wohl nicht wahr sein. Das ist weiter bei meins. Und es hat echt n... Weedy, du blödes Aufschluch. Das war meins. Wie weißt du, dass ich das war? Es stand oben rechts. Weedy, drückte euer Chest. Oh, das ist nicht so schlimm. Das ist okay. Das darfste haben. Äh, ich... Was war's denn? Ja, ne Patchy. Das, was jetzt gerade kommt, Baby. Scheiß. Können wir gleich abschießen. Naja, ich bin eh alleine ist kalt. Außer Ole vielleicht. Bitte? Naja, wir sind da beide gestorben. Ja, hab ich nicht gesehen. Ja, wie die macht da irgendwie trotzdem nicht mehr Kills von dem her. Ach, passt schon. Aber das hätte unserer sein können. Mh... Müssen. Ey! Aua, du Arsch. Weiß, die ganze Zeit trifft da kein und dann trifft da uns. Da war die ganze Zeit vorne, da konnte er nicht da hinziehen. Auf die Teppe. Ja, ich bin ja gerade da gespawnt. Jetzt ist er weg. Hm. Ha! Und dann so fünf Kills hier machen. Los, komm schon. Schnell, schnell, schnell. Ich hab positive Stats wieder. Schnell, 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 bevor ich wieder negative hab. Schon wieder mit MG-Kill. Sehr schön. Ach, komm. Wie die. Willst du mich eigentlich verarschen? Mit, mit Tube? Ja, ich weiß. Das mach ich immer so. Ja. Oh, ich dachte, ich bin ein besseres von dir gewohnt gewesen. Ja. Fluckt der da echt rum? Oh, Pille! Oh, Mistkröten. Ich würd mal sagen, wir haben gewonnen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Guck mal, wie konntest du die sehen? Nein, alles gut. Ja, wenn ich die sehen konnte, das sind so rote Kästchen. Darum die positiven Stats von mir, weißt du? So, ich dachte, das ist wegen Wallhack und so weiter. Dafür warst du zu weit hinten, obwohl du bist dritter. What the fuck? Du warst jetzt so gut noch. Eher normal. Du bist jetzt echt noch der Erste? Hoppala. Erste geworden. Holy shit. Neuner hier. Mich! Ich bin Oli. Ja. Guck, seid auch froh, dass du mich hast hier, ey. Ja. Ich kann sowas von schlecht sein, aber wir gewinnen trotzdem. Wer hat mich denn jetzt auf Eric abgemacht? Guckiebox oder so? Guckiebox oder so? Und sofort schießt wieder jemand mit Yubi, ich hab das so ne Vermutung. Ah, unschuldig. Es ist definitiv so Widi. Bantiert sogar. Nein! Widi, dreh dich mal um, haha. Ja. Ja, sag das doch mal ein bisschen früher. Dann hätt ich dir wenigstens noch in den Kopf schießen können. Okay, nächstes Mal. Mann, ich hab meine Leute verloren. Mhm. Ich hab meine Gruppe verloren. Ja, ich kenn mich doch nicht aus. Mein Aim ist so geil. Oh Mann. Was für jetzt? Mh mmh. Da hat er dich. Thun hat das Spiel verlassen, weil ich in die Kille ... Ah ... ja ... Oh neee Holy shit Richtig nah War gut aus Ist klar Eumel alter, es geht gar nicht Jaja Boah ich würd den gleich da hinten so weg-tuben, ne? Ich tube dich gleich weg Mach doch Triss Ich spiele nicht mit Tuber Das kann nicht euer Ernst sein Eumel kann, ey ganz ehrlich ne Eumel ist halt ein guter Sniper Nee Ah mann du vollidiot Boah bin ich froh, dass ich das Kartikon früher nicht mehr dran hab, ey Ach mann oder? War ja nicht ich Pass auf jetzt werd ich als Decker bezeichnen gleich Aoli Was machst du, Basel? Was machst du? Dich fehlt, wie soll du mit dem Gegnerteam? Warum spawnst du da gleich wieder um die Ecke, ey? Weiß nicht ich bin einfach vorgehört Nein Was ist jetzt? Ey ich check's manchmal nicht mehr War sowas los? Keine Ahnung, keinen Bock mehr Haben jetzt die Rollen getauscht Ist klar Uli, ich war am Schreiben Gleich war dir ausgenutzt hier Ja sorry, ich hab dich gesehen Tja, eher ein bisschen scheiße, hä Eumel Super Ja geh aber auch bei uns drüber Hätt ich wissen müssen Ja ich hab 6 Kills Oh wie Du hast 6 Kills? Aha Tatsächlich Guck mal Uli, es wird, es wird Und noch weniger Tode Aber bitch, ohne liegt auf dem noch Boah, einmal hat sich mal bewegt Oh fuck, und von hinten Scheiße Und da sind die Verwaffeln Hallo 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 Das Cookie Der Cookie Hat er lang genug gedauert jetzt Ja ich muss erstmal ne ruhige Minute finden hier Äh das Problem mit dem TS ist Ihr habt nen neuen Server IP Ja Wegen dem Update Aber ich hab noch die alte drinne Und das leitet mich nur weiter mit dem alten Äh mit dem alten Server Äh mit der alte TS-Version So halt Die neue Das neue TS-Sport Jetzt warst du nicht afk Du hast dich bewegt Ja ich war nicht afk Ja wenn du ganz Ganz neue Ganz neue Version hast Dann leitet sich nicht automatisch weiter Äh sollen wir auch nicht weiterleiten Das TS hat mit dem alten nichts zu tun Ich check nicht was du willst Egal Okay Egal Oh ist klar alter Eimel hat der Widi Sehr schön Und verdammt ist Wann tot Ach Cookie komm gib alles jetzt hier Ich ja Aha Aha War es sonst auch ganz gut Also jetzt sieht zu Tromm Hey Kann es sein dass die nur rumsitzen Ja Alle Nicht nur bei euch Aua Jawoll ich hab dich wenigst noch Warum sind hier überall Claymods Weiß ich nicht Weil die doof sind Was ist das Bestes Mittel gegen Alzheimer Nein Wie die Ach Gott sei Dank Nachdem ich ein ganzes Magazin auf dich Verbolzt hab Schön gemacht Treffe nicht Weiß ich nicht Ich hab nur drei Schüsse Ja in meiner Sekundärwaffe auch Ammann wie dir Ey Ich hab dich grad Richtig Hardcore Genommen Das hast du dir schon bewusst Ich hab dich gemessert Warum flasht mich ne Flasht mich ne Flasht mich auf der Holzkiste Ehm Ab der letztens Hat das gepatcht Die Verboten 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 Och Dieser Ich fühl's dir ne Das sind Missgeburten Von Campern Ja ich hasse die Was? Ich hasse die Piss Camper hier Ja ich auch Wir haben was sind Assi Guck mal Schönen letzten Kill gemacht Warte Ole Haben wir gut gemacht Tatsache, wir haben gewonnen. Tatsächlich, es gibt es ja gar nicht. Aber der Eumel ist auch nicht schlecht. Na dann den haben wir gewonnen.